Hallihallo und herzlich willkommen hier zum Black Friday Thanksgiving Wochenende. Wir machen heute wieder ein kleines Pack Opening, auch die nächste Folge wird noch ein Pack Opening. Ich bin wieder zu Hause, wie ihr wisst und ab jetzt geht es dann auch wieder mit der Saison weiter, nachdem wir dann das Weihnachts-Pack Opening noch gemacht haben. Ich würde sagen, wir starten rein in die Black Friday Packs und die Thanksgiving Packs. Spitzenangebot nur für kurze Zeit, Limit 5 pro Tag, da werden wir aber nur die großen Packs nehmen tatsächlich. Und es gibt natürlich Maple Leafs Alumni aktuell, Matt Sondin, Wendell Clark, Rick Vavid, David Allard, Mike Johnson. Das ist die Frage, ob wir die ziehen. Dann gibt es natürlich die Black Friday Angebote. Das Team of the Week Nummer 10, da gibt es Eric Carlson, Joe Pavelski, Deon Dreisaitl, Mitchell Mariner, Matt Dumba. Das sind schon gute dabei. Und nicht zu vergessen, wir haben das Thanksgiving Event auch noch. Es gibt Herausforderungen, die sich für mich persönlich nicht so lohnen. Die Packs sind lohnen, aber wenn ich wirklich Eric Carlson und irgendjemand Großes ziehen soll von Thanksgiving Packs, das wäre überkrass. Und wir versuchen Patrick Kane und Elias Patterson die Sets zu erfüllen. Wenn wir das schaffen, das wäre natürlich der Ultra Erfolg. Hier haben wir die Karten nochmal. Eric Carlson, Mikorantan, Klocheru, Jacob Voracek, Matthew Brasel, Ryan Getzlaff, Ryan Johansson, Ryan Ellis. Es gibt wieder einige, einige coole Spieler. Und natürlich nicht zu vergessen, Halloween-Spieler haben wir auch zwei. Einmal Evander Kane hinten. Und wie mir das denn bei Faglian, ihr seht schon, jeder hat einen Stern. Jeder hat seine eigene Trikolnummer noch bekommen, damit ich auch sicher weiß, wer welche Trikolnummer hat. Hier haben wir Evander Kane. Tatsächlich wollte ich schauen, Pat Lafontaine hat 86 Bullies. Das heißt, der könnte sogar ersetzt werden von Elias Patterson, denn Elias Patterson hat 88 Bullies. Und da können, glaube ich, nur zwei mithalten. Einmal Wayne Gretzky, der hat nämlich 89 Bullies und Laryonov, der hat 91 Bullies. Das heißt, ich könnte Pat Lafontaine sogar verkaufen. Und somit könnten wir versuchen, den lieben Herren Elias Patterson in unser Team zu holen. Dann haben wir hier natürlich Kucharov, Conor McDavid, Tavares und Evander Kane. Da muss ich natürlich dann auch schauen, wem wir von denen verkaufen oder ob wir überhaupt jemanden verkaufen. Weil wenn wir natürlich Patrick Kane kriegen, haben wir da drüben jemanden mit 91. Das heißt, einer von uns von diesen Spielern hier muss weg. Es kann aber sein, dass ich vielleicht John Tavares tatsächlich so lang mal auf die Bank lege. Weil er ist leider nicht das Schnellste. Der hat natürlich einen absolut kranken Schuss, das weiß ich auch. Aber Patrick Kane ist natürlich der deutlich stärkere Spieler. Nikita Kucharov brauchen wir leider einfach aufgrund seiner Wristshot-Präzisionsredakte für McDavid. Und Kane muss sich auch noch testen. Also Kane und Tavares werden die Spieler sein, die wir gegeneinander austesten müssen. Wer dann schlussendlich auf die Bank muss. Ich würde sagen, wir fangen an hier mit diesen Black Friday Angeboten. Fünf Sets können wir hier ziehen. Das sind immer 600 Punkte. Wir brauchen hier natürlich die Sammelobjekte. Und Mike Johnson, wir ziehen im ersten Pack. Es heißt, es ist kein Seltener drin in diesem Pack. Sondern ziehen wir als erstes gleich mal Maple Leafs Alumni. Alles klar, Freunde. So, und dann haben wir noch einen seltenen, noch zum zweiten seltenen Spieler. Und es hieß, es sind überhaupt keine seltenen drin. Alles klar, zwei, drei Sammelobjekte, ein Alumni-Spieler. Was beschwere ich mich eigentlich, Freunde? Was beschwere ich mich eigentlich? Völlig lächerlich. Die können wir verkaufen. Dann haben wir jetzt noch vier Packs zu ziehen. Kein Talbot. Diesmal niemand, der selten ist. Aber Hauptsache drei Sammelobjekte. Und die sind halt wichtig. Die brauchen wir halt einfach für Patrick Kane. Patrick Kane 90 Objekte. Und dann dasselbe 35 Objekte nochmal für Elias Patterson. Und es sind halt schon abartige Summen an Sammelobjekten, die wir da brauchen. Tanner Pearson, einen weiteren seltenen Spieler. Die seltenen Spieler sind, und Henry Sector. Die Spieler sind tatsächlich sehr, sehr wichtig für uns. Da wir ja 30 seltene Goldspieler brauchen. Und für Elias Patterson nochmal. Wie viel waren das? 15 seltene Goldspieler? Nein, ich habe es in meine Sammlung gesendet. Verdammt. 15 seltene Goldspieler. Und das sind halt schon, das sind halt wirklich Summen, die abartig sind. Auf Dauer. Aber gut. So. Al Jafred. Al Jafred. Cool. Noch zwei seltene Spieler dazu. Wundervoll. Ansammlung senden. Der Rest schnell verkaufen. Bisher, die Black Friday Packs, die sind richtig gut. Und da kann man sich halt echt nicht beschweren. 30.000, die sind billig. Man kriegt Sammelobjekte. Und seltene. Oh, Jiru. Alter. Und das ist Ryan Johansson. Was zum? Hallo? Was ist in diesen Sets denn los? What the fuck? Ja, die können wir halt, die können wir halt verkaufen. Johansson. Jiru. Die kann man verkaufen. Und schon haben wir hier viel, viel mehr Geld auf der Kante. Und auf einmal könnte man sogar sagen, wir könnten Coins mäßig sogar beide Spieler schaffen. Das ist nicht mehr so abwegig. Das Gilded Pack steht nicht mehr zum Verkauf. Das ist natürlich ärgerlich. Ich überlege jetzt, glaube ich, hier noch mitmach. Eines garantierten NHL-Spiels und Thanksgiving Sammelobjekte. Ah, ne. Ne, ne, ne. Ich ziehe hier noch eins. Ich nehme die Choice Packs. Noch ein bisschen ausgeschätzt drin ist. Sag ich doch. Ein, ähm, eins und zwei, zwei Picks haben wir hier. Dann nehme ich den hier noch. Jawohl. Ähm, Trikots. Nehme ich die Bruins Trikots. Stopp. Ähm, Bruins auswärts und Devils Stadion. Und als letztes Sammelobjekte. Eichel und grünes Blatt. Sehr schön. Meck mir euch. Ihr kommt mal in meine Mannschaft. Und es ist irgendwie relativ, es ist schon ein bisschen, ich muss sagen, wir haben jetzt relativ viele Spieler gezogen, die tatsächlich, ähm, Thanksgiving-Spieler waren. Wir machen jetzt hier weiter mit den Gold-Plus-Packs, weil wir können ja sowieso nur, wir brauchen hier halt seltene Spieler. P, wir ziehen P, K, Subin. Was ist denn heute los, Freunde? Das ist aber so viel, so viel Packlack hatten wir schon lang nicht mehr. Aber wirklich lang nicht mehr. Ähm, wir brauchen halt wirklich, das Problem ist, dass wir seltene Spieler brauchen für Patrick Kane. Und viele seltene Spieler halt einfach sehr, sehr teuer sind. Aber desto besser unsere Spieler sind, die wir ziehen, weißt du, mehr können wir halt verkaufen, wenn wir die Spieler sowieso schon haben. Heißt, wir haben dann auch mehr Geld, Spieler einzukaufen. So, haben wir tatsächlich nur Ryan O'Reilly. Schnell Option, schnell verkauft, sind ja 2650 Münzen. Und sobald wir bei 7500 angekommen sind, ähm, ziehen wir die großen Choice-Packs, wie immer. Und das ist wieder leider nur einer. Aber einer ist besser als keiner. Ja, blöde Weisheit. Aber tatsächlich könnte uns das diesmal weiter voranbringen, als man denkt. Dale Howard Chuck, alles klar. Jetzt ist es dann richtig gut. Ach, du noch, Alter. 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 Das sind Leute, die wir verkaufen können, ne? Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Und da sind die da halt wirklich gut. Share 4 da. Jaden Swords. Achso, so ist es mir wieder 2. Gezogen. Den hast du noch verkaufen. So, letztes Gold-Plus-Spieler-Pack. Ähm, danach geht es an die Großen. Und ich hoffe, dass wir bei den Großen Nick Ritchie von den Ducks Tuka Rask wieder 2 seltene Gold-Spieler. Ich hoffe, dass wir jetzt wirklich bei den Großen jetzt auch was ziehen. Weil bisher waren die Packs gut. Wenn sie so bleiben, wäre das natürlich ultra gut. 2.500 Points. Alter. Alter. 1 von 5 Runden. Verbleibende Picks 0 von 4. Ähm, wir haben hier einen Haufen seltener Gold-Spieler. Zu Ryan Ellis. Ryan Murray. Matt Duchesne und David Perrin. Jawohl. Cool. 2 Thanksgiving-Spieler mehr bei uns. Harlack. Wenn wir jetzt aufdecken. So, haben wir 1, 2, 3 seltener. Und einen 78er. Trikots. Kanada nehmen wir mal mit. Ähm. Ähm. Hurricanes. Islanders. Sanitas. Beinahe nehmen wir Vancouver. Bei dem Moment wieder ein bisschen Aufschwung sind. Und am Ende kriegen wir noch Sammelobjekte. 1, 2, 3. Haben wir noch Pfeffer. Ach nee, Pfeffer war das. Äh, das ist doch kein Pfeffer. Ähm. Genau, haben wir alle 4 Sammelobjekte. 1, 2, 3, 4. Sammelobjekte kriegen wir jetzt auch noch mit rein. So, die gehen natürlich alle an die Mannschaft. Das ist ganz klar. Äh, die weniger. Die Collectibles gehen mit in die Sammlung. Und der Rest von euch. Tschüss. So, 2 Packs haben wir noch. Das war natürlich jetzt das erste Pack. War natürlich schon jetzt überragend. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und das mit dem Überragend nehme ich sofort zurück. Denn es geht genauso weiter. Ähm. Ja, cool. Danke. Finde ich absolut nice. Und nochmal 4 seltene Spieler. Ja, ich glaube es riecht nach Patrick Kane, Freunde. Es riecht nach Patrick Kane. Das Sharks Logo. Das Jets Trikot. Penders und Capitals. 1, 2, 3. 4. Collectibles. 1, 2, 3. Und Malcolm Subain. So, die gehen natürlich gleich hier alle wieder an die Mannschaft. An die Sammlung. Ich sag mal Mannschaft. Das ist von FIFA noch so drin. Ansammlung senden. Den Rest können wir wieder verkaufen. 1030 schnell verkauf. Sehr schön. Und das letzte Thanksgiving Set hat jetzt Carlsen. Da ist jetzt Eric Carlsen drin. Okay, ist er nicht. Schade. Wäre zu schön gewesen. Amikurantanen. Das ist das Einzige, was mich an NHL ein bisschen ärgert. Dass wenn sie Spezialkarten haben, dass die dann halt nicht aktuell für diesen Spieler drin sind. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen nervt. Und dass es halt Extrakarten sind. Aber gut. Man kann das System auch ein bisschen verstehen. Aber nur ein bisschen. 1, 2, 3. Ist da hinten noch ein grünes Blatt? Nein, das ist es nicht. Dann nehmen wir diesmal. 1, 2, 3. Nehmen wir diesmal das orangene Blatt mit. Ja, super. Wir nehmen immer das Blatt mit, was halt dann mehrfach drin ist. Das ist auch schon öfters aufgefallen. So, und diesmal hauen wir die Kleinbeträge weg. Also die hier, die wir nicht mehr brauchen. Schnell Verkauf. Und dann alles Ansammlung senden. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass wir es irgendwie schaffen, Patrick Kane und Elias Patterson noch einzulösen. Das heißt, ich mache das irgendwann morgen im Verlauf des Tages, weil ich jetzt natürlich auch die Spieler erstmal verkaufen muss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns bei den Weihnachtspacks zum Weihnachtspack-Opening. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und vielleicht, wenn ich wieder genügend Spiele habe und vielleicht ein paar Anfänger dabei sind, die gerne Spieler tauschen würden, sagt es mir doch in den Kommentaren. Schreibt es mal rein. Hey, Matze, machst du es so wie letztes Jahr? Lass uns wieder Spieler tauschen. HD da was davon. Gut, letztes Jahr war es ein bisschen einfacher. Aber vielleicht habe ich ein paar Spiele übrig, die ihr haben wollt oder die ihr gerne hättet. Und ich habe sie doppelt oder so. Joa, können wir schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao mit Vau und wir sehen uns. Vau und wir sehen uns.